Herzlich willkommen zu einer speziellen Edition von Führung am Freitag. Ich möchte euch heute mein neuestes Buchkapitel in dem Buch Innovative Unternehmensführung präsentieren. Mein Kapitel geht über neue Herausforderungen im internationalen Vertrieb, was man da besser machen kann, um als Führungskraft global zu denken auf der einen Seite und lokal profitabel zu handeln auf der anderen Seite. Die Idee mit internationalem Business ist ja nicht neu. Das praktiziert man vor hunderte von Jahren. Aber wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren und speziell jetzt auch in den letzten zwei Jahren diese VUCA-Welt, also diese unstabile und fragile Welt eben immer größere Herausforderungen für die Unternehmen bringt. Und wie in jeder Krise gibt es aber auch innerhalb von diesen Herausforderungen, von diesen Problemen gibt es große Chancen. Und ich habe an drei Themengebieten das festgemacht. Ich habe einmal eben festgestellt, dass der bisherige Vertrieb eben sehr oft von oben nach unten organisiert war. Das heißt, ein Produkt wurde in der Vergangenheit in Deutschland hergestellt und in Sieland exportiert und dann eben dort über einen Absatzmittler, einen Handelsvertreter, einen Distributor oder vielleicht eine eigene Tochtergesellschaft verkauft. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass aber die sogenannte letzte Mäle, also der letzte Kontakt immer wichtiger geworden ist. Dass also dieser Kontakt mit dem Endkunden eine größere Bedeutung bekommen hat. Dass nicht mehr ausgereicht hat, ein Produkt von A nach B zu exportieren, sondern eben auch noch sogenanntes Added Value oben drauf zu packen. Das kann zum Beispiel sein, dass der lokale Händler oder Distributor oder die Tochtergesellschaft noch ein Add-on oben drauf packt. Also zum Beispiel Service, also das Produkt nicht nur liefert, sondern zum Beispiel auch einbaut, in Betrieb nimmt, den lokalen Service macht. Oder das sogar noch um ein Teilprodukt anreichert und das dann als komplette Komponente an den Endkunden liefert. Und damit mit solchen Aktionen kann man sich absetzen von eben diesen Mitbewerbern, die eben nur ein Produkt oder nur ein Service liefern, indem man das möglichst einfach macht, für den Endkunden bei einem zu kaufen. Um das erfolgreich machen zu können, ist ja erstmal wichtig herauszufinden, was wertet eigentlich der Kunde als den Wert meines Angebots. Ist es die Maschine, das was ich anbieten kann, oder ist es der lokale Ansprechpartner, der lokale Service, dass ich jemand habe, dem ich in meiner eigenen Sprache reden kann, worauf legt er denn den Wert? Und diesen Wert würde ich dann in dem Angebot eben auch hervorheben. Aber das ist eine Möglichkeit, einfach dort eben tiefer in die Wertschöpfung einzusteigen. Wenn man das dann in einem weiteren Zusammenhang betrachtet, gibt es da verschiedene Stufen. Also im Idealfall dann eben das Produkt, das dann zum Beispiel in Deutschland hergestellt wird und exportiert wird. Dann die Produkt-plus-Service-Komponente, also noch angerechnet um einen lokalen Zusatz. Oder in der nächsten Stufe dann ein lokal produziertes Gut, eine lokal produzierte Maschine oder was, was eben in dem eigenen Land oder in dem Zielland produziert wird. Das bietet natürlich den riesigen Vorteil, zum Beispiel gerade in ASEAN, dass dann sehr wenige Zölle und Steuern anfallen, wodurch es immer mehr produktionistische Zölle gibt von Waren, die jetzt außerhalb von diesem Verband hergestellt worden sind. Und das gibt es ja in anderen Ländern genauso. Was aber dann mein Ansatz ist, dass diese ersten drei, vier Gebiete schon recht gut praktiziert werden. Speziell auch von größeren Mittelständlern. Was aber komplett fehlt oder oft fehlt, ist, dass dann diese Erfahrungen, die gemacht worden sind, zurückgespiegelt worden in die Zentrale, dort aufgenommen worden und aufbereitet worden und dann als Best Practice in die ganze Organisation ausgespielt worden. Und ich glaube, da liegt noch eine ganz große Möglichkeit, Potenzial abzuschöpfen. Wir Deutschen sind ja manchmal so ein bisschen arrogant. Wir denken, dass eben wir die Weißheit mit Löffeln gefressen haben und alles genau wissen und am besten die Checker sind. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass eben gerade in den Zielmärkten sehr viele gute Ideen vorhanden sind durch lokale Mitarbeiter und dass es sich lohnt, als Gesamtorganisation da drauf zu blicken und zu schauen, was kann ich für die ganze Organisation abzuschöpfen. Und das bringt dann mich zum nächsten Punkt, dass eben dieses alte hierarchische Führungssystem zum Teil ebenfalls ausgedient hat. Es wird sicherlich noch da sein in Bezug auf die Berichtslinie der disziplinarischen Führung, aber dass sich in der Zukunft das immer mehr entwickeln muss zum Matrix-System. Dass Menschen bereit sein müssen, auf andere hinzuzugehen, zu fragen, hör mal, hast du da ein gutes Beispiel für mich? Hast du da eine Erfahrung über den Kunden gewonnen hat? Und so ein Ideenaustaus entsteht zwischen dem lokalen Händler, dem lokalen Distributor oder der Tochtergesellschaft und der zentralen Deutschland. Und dass aber auch die Führungskraft in Deutschland ihre Arroganz auf die Säde legen muss und dann bereit sein muss, diese Erfahrungen an die weltweite Organisation weiterzugeben als Best Practice und dann natürlich auch ein Stück von dem Ruhm oder von der Anerkennung eben auch die Mitarbeiter zu geben. Zusammenfassend zu sagen, also es ist der Brand, das Produkt, der Service, die lokale Komponente und der lokale Ansprechpartner. Dieses Paket zusammengepackt, gibt dann die Gesamtreputation und das Gesamte, was du auf den Markt mit dem Produkt bringst. Dahingehend entwickelt sich natürlich auch die Rolle von der Führungskraft wieder. In der Vergangenheit war das eben so, dass eben mehr oder weniger yell and tell, also es ist angeordnet worden, die anderen haben gemacht. Es gab keine zweilinige Kommunikation, dass eben richtiges Feedback kam und das bietet natürlich einen Haufen Nachteile. Erstmal wollen Mitarbeiter wertgeschätzt werden, egal wo sie sind auf der Welt und es wollen Mitarbeiter anerkannt werden für ihre Leistung. Und das bietet auch große Chancen eben für die Führungskräfte, dass wenn sie bereit sind, ihre eigene Führungsrolle etwas anzupassen, dass man eben was dazu lernt und dann eben auch lernt, wo sind denn noch Möglichkeiten für Wertschöpfung in meinem eigenen Unternehmen und dass man dann gemeinsam lernt. Die Rolle von der lokalen Führungsperson gibt es dann also als Ideengeber, als jemand, der das sogenannte Enabling macht, auf andere Leute zugeht, denen hilft. Und diese gemeinsame Überzeugung, das Herzstück, der Brand, die Geschichte, das lernt zu transformieren und in dieses Paket mit einzubringen, sodass andere Leute in der weltweiten Organisation was davon lernen können. Damit wird auch die neuen Herangehensweisen im Vertrieb unterstützt. Es werden also diese Corporate Influencer, die im Unternehmen sind, die werden viel stärker auch nach außen brauchbar sein. Das heißt also lokale Führungskräfte können sich dann trauen, eigene Videos zu machen, eigene YouTube, TikTok und was es da gibt. Und damit also diesen lokalen Flair mit der internationalen Marke zusammen zu kombinieren und das dann an den Kunden heranzutragen, eben auf moderne Weise. Und das wird dann auch zu einer großen Mitarbeiterbindung, einer großen Identifikation mit dem Unternehmen sein, weil jeder seine Ideen eben einbringen kann. Die Ideen werden wertgeschätzt und von Organisationen aufgenommen und eben in die ganze Welt gespielt. Das war so ein Schnelldurchlauf. Meine 50 Cent, die ich in diesem Kapitel beigetragen habe, liest es dir gerne nochmal in Ruhe durch. Und auch die von den anderen Co-Autoren, es sind super spannende, sehr praxisbezogene Beispiele in diesem Buch. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, das durchzulesen und davon zu lernen. Ich danke euch und wünsche euch einen guten Tag.